so da sind ja und weiter geht es hier mit second son so im dmz modus wo geht es hier lang warte wir gucken erst mal hier oder so weil oder wir gehen erst mal hier hin und so du meinst ich hab halt einfach nur aufs schild geguckt aufs autobahnschild der rhein da hat es schon zwei platten wie ich sehe und wir machen hier wieder blödsinn das ist ein professionelles verhalten von uns wir haben keine waffen wieso ist er eben in diesem gebäude keine waffe was machst du jetzt wo bist du denn überhaupt gucken auf mich dazu das ist aber noch ein spieler ich bin überfahren worden was das ist ja noch nie passiert ich wusste gar nicht dass das möglich ist dass man überfahren wird ich bin unterwegs ich habe mir eine waffe gefällt hast du da noch eine rote kiste gefunden ja aber die konnte ich leider nicht öffnen weil mich wollte jemand töten genau den habe ich auch noch gesehen ja genau da gibt es bestimmt lecker sachen usb-stick hast du keine waffe noch nein dafür habe ich kohle gefunden und platze ist immer gut oh der rhein ist da hinten ok wollen wir zum rhein gehen ja können wir gerne machen weil ich glaube hier gibt es nix mehr aber wir können auch mal hier hingehen mich interessiert das was das ist so du bist da hinten ach das willst du wissen ne das will der rhein wissen meins ist irgendwo hier wo der turm ist da meins ist da hinten 800 meter 800 meter so weit weg als da und da müssen wir aber in die richtung ich brauche erstmal eine waffe bevor ich so eine lange tour mache ja ich versuche die auch schon die ganze eine zu finden da ist die tankstelle da ist nix das glaube ich letztes mal waren ja auch gegner das weiß ich noch die wollen die keine waffen geben ja ich habe auch nur einer ihr solltet zusammen bleiben aber komm her da schießt einer was ist das denn schockstabe oh kannst du mich retten was wo ich habe es wieder übertrieben da waren viel zu viele ja bei denen muss man ein bisschen aufpassen ne ja das ist aber ich vergesse immer du hast nur eine platte und nicht so viel leben alles gut ah ich habe sogar zwei platten aber ich bin trotzdem geschlungen ja was auch da ist voll ah ok da ist einer da ist einer da ist einer äh puh da sind mehrere hier ist eine waffe krass oh handgranate warte warte ich habe hier eine waffe ja ich habe eine ich habe eine ich habe eine ok dann machen wir die jetzt hier platt ok sehr geil warte die nehme ich auch noch mit hier ja ich kann der freede mitspielen äh genau jetzt geht es ab ey ja das ist noch immer da das gelbe auf der karte da möchte ich hin in dieses gelbe fragezeichen in der mitte ja ist das denn nicht irgendwie warte da steht ja guck mal rechts bei der legende da steht da es ist waffenkoch war dieses fragezeichen das ist wohl das zentrum von diesem oder ne der strahlungsbereich ist ganz unten ah siehste wo bist du denn ne ich guck die map die map guck ich ja 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 die strahlung ist ganz unten deswegen versuche ich schon und das was du meinst ist da halt der waffenkoffer ne ich weiß nicht was das ist da oben der turm da willst du hin ich hab hier auch wieder so einen auftrag aufgenommen oder so ich muss irgendwas sichern jetzt radioaktiv hier ist das doch ja genau da wo das abgebildet ist da wo schön ja irgendwo hier auf ok das ist direkt hier vorne oder sind aber einige oben warte 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 du bist eine verdammte legende du bist eine verachter ich hab keine platten mehr hast du gehört was er gesagt hat du bist eine verdammte legende und der ryan ist auch hier alter jetzt muss er nachladen komm wir rücken zusammen vor warte ich guck mal weiter 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 ich gehe den normalen weg wir erobern hier die festung der ist schon drinnen der ryan ja da geht er natürlich nicht hoch der einmal ja wir sind hier drinnen jetzt ok da muss man irgendwas machen ich habe jetzt ein geigerzähler genommen dokument einnehmen setzte geigerzähler ein ja wir müssen jetzt da oben hin ja man wir müssen jetzt hier oben hin was ist denn da oben bei ray oder da oben hin oder da oben hin oder da oben hin da ist ja irgendwo da hat mich einer getroffen da hat mich einer getroffen komm zu dir aber was soll ich denn hier im wasser jetzt danke danke was will der von mir hier das müssen wir rausfinden drücke ok das ist das symbol oder was ist das symbolin die haben mich erwischt die haben mich erwischt die haben mich erwischt angeschön aber ich mach dir doch gerne den weg frei schrotflinte brauchen wir nicht sehr gut ausgezeichnet äh ich verstehe jetzt nicht wo wir hin müssen auch nicht richtig der will jetzt die ganze festung hier oben an der rein ach der ist da hinten der ist da hinten irgendwo ja dann lass mal nach hinten oh mein Gott komm schon mal direkt da warte ich muss denn einen noch mitnehmen so jetzt kann ich da wegkommen ah du bist tot ja hab ich gar nicht gesehen ich helfe nicht ja warte so ok hast du die beinahe markiert ne ultra 1 der safe ist offen sichert den gesamten Inhalt safe entsperrt ah das war das ziel siehste ja der macht irgendwas aber solange wir dabei sind da war so ein safe Rezisionsluftschlag vollautomatisch ok äh äh jetzt muss er wieder zurück zum Symbol ne lass mal wir beide jetzt da hingeben wo ich den Turm markiert hab nein wir müssen auch die Mission machen wir sind doch mitten in der Mission drin ich weiß denn finde das war der Depot 2 ok ok ähm ok hier oder nicht mehr so ich glaube wir müssen wieder da ne wir müssen jetzt hier glaube ich in die grüne zone und dann suchen glaub ich zumindest weil hier gibt es ja zwei grüne zone ok aber genau sein kann die ist auch nicht ich würde jetzt dahin gehen wo dieses Symbol ist halt ne dieses radioaktive vielleicht da unten ja vielleicht was ja wieso ist das Symbol ne ne da sind wir doch da sind wir doch letztes Mal die Breite sehe ich doch gleich in elf Minuten aus das siehst du doch und dann wird hier alles klein gemacht ne ich meine dieses äh das Symbol hier ist da siehst du da ist wieder so ein Werkzeugkoffer hier wo ich bin siehst du das das ist die Mission ja du musst diesen Geigen Zähler da rausnehmen genau wenn du das auch nicht gemacht hast genau das ist die Mission genau oh sorry ja genau ich hab das schon eingesammelt bei mir steht schon gar nichts mehr von Mission ah deswegen betritt jetzt das magierte Gebiet 2 verbleibend ja da hinten da hinten da hinten die grüne zone ne ja der Ryan macht irgendwas alles aber egal wir sind dabei wir sind dabei wir sind dabei ja genau es lohnt sich alles alles lohnt wir müssen aber genau der ist ja schon in der einen zone muss man hier schwimmen um radioaktiv zu werden ach da ist noch so ein Ding da muss man bestimmt tauchen klar nee ich bin schon getaucht da ist nix sicher ja Spezialobjekt gefunden haste aber jetzt nicht das was wir ne wir müssen erstmal da zu dieser Geschichte da wo die grüne zone ist ne genau ja aber ja aber es gibt zwei grüne zone dann klappen wir die beide ab da muss irgendwie was sein finde das radioaktive depot aber hier waren wir schon ne ja geigenzähler ja finde das radioaktive depot zwei übrig radioaktives material 1 gesichert hat der das gemacht kann sein ja und jetzt ist die zone weg jetzt ist die andere genau das ist aber wieder so ein radioaktives symbol auf der zone auf der map ja wir machen das schon richtig siehst du eine zone ist schon weg eine ist noch übrig geblieben ja und jetzt gucken was wir hier überhaupt machen müssen genau jetzt gehen wir da hin dann müssen wir da wieder dieses äh so der hat das schon ne der hat eins hat er gerade gefunden warte 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 stand bei mir zwei der hat eins genommen äh bau 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 freu ich dir mal einfach mal frisch ah da der hat was gemacht siehste siehste ah da da kriegst du denn zum bonus jetzt müssen wir einfach die map verlassen alter oder jetzt einfach die map verlassen denke ich mal ich würde die map verlassen doch guck mal acht minuten haben wir noch für irgendwas ja lass mal hier in das gelbe reingehen und da ist sowieso ein auto lass uns mal dieses auto ich folge dir unauffällig wie besucht voll die märche okay und jetzt mit dem auto die zone verbreitet sich wieder oder noch nicht das ist ja jetzt gelbe reingucken das auto fährt ja nicht weg was hier im gelben zu machen ja festung geschlossen festung entsperrt noch einem schild du mal wieder ich war das nicht oder ich denke mal der war das ich weiß da im blatt kann hatten ich weiß da die dinger ich mach mal präzisionsluftschlag ich bin tot ich heim mich einfach wo bist du denn ich weiß das gar nicht oh die töten mich jetzt die haben mich auch getötet was mit so einer scheiß schrotflinte ja der eine mich auch ja der eine mich auch aber alles nicht aber wieso so boah die sind voll hart wieso sind ja zu viele von denen hier ich weiß es nicht ich glaube wir haben hier die festung oh ok trupp eliminiert haben wir die aufgabe trotzdem nicht geschafft oder ja ja bei mir war schon alles abgeschlossen wie gestern ok trupp eliminiert da gibt es vielleicht noch ein bisschen xp missionsvorschritt ja abgeschlossen 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 bei mir fehlt bei dem ersten hat da noch was gefällt ja 37.000 ok ja cool dann ist auch wieder hier eine kleine pause angesagt wir sagen danke und bis gleich Tschau, tschau Tschüss